Du machst schon eine feste Faust, ne? Ja. Perfekt. Dass BMX Olympisch geworden ist, hat für mich alles verändert. Du musst jetzt immer wieder mit was Neuem begeistern. Dich viel mehr trauen. So den Arm hießt und weiter rüber. Ich bin immer schon bei den Jungs mitgefahren, weil ich einfach nichts dagegen hatte und es einfach auch Spaß gemacht hat. Die Konsequenz? Einmal Schlüsselbein gebrochen, die Lippen aufgeplatzt oder beides. Oder auch ein Knorpelschaden und viele Stauchungen. Nach einem krassen Sturz könnte von heute auf morgen alles vorbei sein. Deshalb versuche ich das Risiko zu minimieren. Ich fahre halt so safe und kontrolliert wie möglich. Trotzdem will ich natürlich auch mit neuen Tricks begeistern. Heute packe ich mich nur noch auf dem Ellbogen und nicht mehr aufs Gesicht. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hatten eine super Zeit und super viel Spaß. Hier sind die anderen Videos von mir und den anderen Athleten. Schaut euch sie ruhig an und klickt hier zum Abonnieren. Bis bald. Bis bald.